1.56 Uhr, 1.06 Uhr die Richtzeit für die Kurzbahn-Eurobameisterschaften in Rijeka. Die Sieger hier rum, indirekte Manche an dieses Finale, bitte ich, sich bereit zu halten. Franziska Henke, eine Kamelhorn, okay, jetzt Eise. Franziska Henke, eine Kamelhorn, eine Kamelhorn, eine Kamelhorn, eine Kamelhorn, eine Kamelhorn. Franziska Henke, eine Kamelhorn, eine Kamelhorn, eine Kamelhorn. 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, go! In der letzten, wenn immer noch ein Führung, der tut mir eben auch der Bahn 4, vor allem der Nutz, die auch der Bahn 3.